Ähm, die gefährliche Seite nach oben. Ohohoho. Ohohoho. Ähm, Puppi, so geht's nicht, oder? Stopp, so von unten nach oben, ja? Nein, nein. Es wird eine längere Nummer. Wer sich jetzt noch ein Bier holen will, es wird die richtige Stelle. Stopp, ähm, halt die gefährliche Seite nach oben. Komm, Schritt nach vorne. Ja, lustig, Steffi. Ja, ja, lustig, Steffi von da rein, die Süd. Ratinger. Ich glaub, das Rating ist mittlerweile hier, das find ich super. Eine Fackel, eine Pfanne, ein Ei. Das Ei fliegt hoch in die Luft, dann die Pfanne, dann die Fackel, dann das Ei. Schluss, nehm ich für euch das Ei. Wenn wir es hoch in die Luft, halten die Pfanne darunter, darunter die Fackel, dann dreht das Ei. Wenn das klappt, will ich keine Vorgaben machen, rastet kollektiv aus, ja? Wenn nicht, Steffi, dann nimmst du das nächste Ei, ja? Weil der Boden ist hier uneben, ich hab einen Platten, das wird nie was. Fackel, Pfanne, Ei für Rating. Der Ölpumpfeder noch. Pass auf, roll it down. Hopp, 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 hopp. Ja! Ja, die, die seid ihr. Ich kann euch hören. Komm, ich hab auch die große Hände. Fassi, komm doch mal, bitte. Komm, schnell. Komm, schnell. Komm, getriffelt. Super, nimm die Pfanne. Keine Angst, Ei ist gut für die Haare. Nimm die Fackel. Nimm den Applaus. Ja, Seger. Ja, ja, was soll ich euch sagen, das war meine kleine Show. Geht alle nach Hause. Tschüss.